Hallo zusammen, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Sims 4. Meine Maus, die geht mir heute so ein bisschen auf den Zeiger. Die funktioniert nicht richtig, wie ihr seht. So, Wanny geht jetzt wieder weg. Letzte Mal haben wir einen Tag mit Artig verbracht. Und ich würde sagen, wir machen heute einen Tag mit Ina. So, dann schicken wir bei Ina erstmal in die Haia. So, einmal vor Monster einsprühen und einmal schlafen. Und dann starten wir mit Ina gleich froh in den neuen Tag. Wir schicken sie mal alle schlafen. So, Iron schläft schon. Wer gehört denn hier rein? Ist das Dante-Seins? Was ich jetzt gar nicht... Nee, Komag? Nee. Exli? Nein. Das ist... Genau. Dann geht Dante auch ins Bett. So. Ich lieg schon am Bett. Arti ist auch im Bett. Dann packen wir mal Komag hier rein. Und da drüben kommt Exli. Nee, Exli schläft schon. Schlafen. Dann gehen wir alle mal schlafen. Dann geht das ein bisschen schneller hier. Und morgen kümmern wir uns... Och Gott, guck mal. Die Burger sind hier am Schimmeln. Ei, 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 ei. Na, guck mal. Wir haben auch schon die ersten Zimmer umgestaltet. Das war ja das Zimmer von Arti. Wer hat denn hier das... Da ist das Zimmer von Iron. Genau. Guck mal hier das an. Langsam werden die Zimmer, oder? Aber... Es dauert noch ein bisschen. So. Dann lassen wir Ina mal schlafen. Hier, wo ist sie denn? Da ist Ina. Soziales fehlt ihr. Ja, das ist, glaube ich, gerade ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt nicht, wer aufgestanden ist. Ich glaube, Exli, ne? Ja. Aber egal. Wir haben es trotzdem mal beschleunigt. Wo ist sie denn? Exli. Dann wieder ab ins Bett mit dir. Wir wollen ja weitermachen. Soll ja... Soll ja hier schneller gehen. So. Nächste Etage. So. Na, bewegt sich die Zeit auch? Ja doch, jetzt bewegt sich. Irgendwann ist da am Weinen. Gibt's ja nicht. Ach, die muss aufs Klo. Na gut, wir haben jetzt schon 4.43. Na. Ich denke mal, dann kann Ina, der Ehehunger, dann lassen wir uns, lasst doch Ina mal Kaffee kochen. Und sie macht mal Frühstück. Na. Kochen. Kann sie überhaupt kochen? Weiß ich gar nicht. Nee, kann sie gar nicht. Pound. Ah ja, das hat sie ja gekochen. Komm, machen Grillkäse. Partygröße. Kaffee kochen. Komm ran, Nina. Kannst du Kaffee kochen. Ist hier alles sauber? Sieht so aus, ne? Wohl hier. Nee, ist sauber. Ist sauber. Sieht immer sehr benutzt aus, ne? Aber es ist doch noch sauber. So. Dann guck mal Käffian. Sollen wir die Ränder mal runter machen? So. Ihre Beete sind nämlich... Oh, die müssen unbedingt gepflegt werden. Das machen wir auch gleich mal. So. Ina, du kaufst jetzt Kaffee. Danach kannst du Frühstück machen. So. Erstmal. Schöner Kaffee. Ah, das tun wir mal ein bisschen beschleunigen. Trink den Kaffee mal aus. So wittert ja nie was hier. Oh, der Film sieht gut aus. Oh je, oh je. Hm. Ja. Jetzt ist Energie geladen. Genau. Ist ja nicht so, als wenn wir nicht eine Spüle hier hätten. So. Dann lassen wir Ina mal kochen. Machen wir mal langsam. So. Zeig mal deine Kochkünste. Oh, Skimbo. Ja, hau rin. Wir haben schon sie Uhr. Beeil dich. Ach, das hat jetzt keiner gesehen, oder? Kochen, Stufe 2. Jawohl. Kann sie nämlich noch ein bisschen was essen. Beim Essen kann sie sich theoretisch... Ja, ist... ...mit mir ein bisschen unterhalten. Alle die schönen roten Haare. So, dann isst mal. Hier, komm. Ein Gericht nehmen. Genau. Könnt ihr auch ein bisschen quatschen. Kann man kennenlernen. Komm, ein bisschen tratschen. Oh, die müssen alle aufstehen, ne? Geh mal arbeiten. Ich glaube, Kuma... Nee, Kasach muss arbeiten. Und ich glaube, Dante auch. Da müssen wir... Ja, jetzt nicht. Da, jetzt nicht. So. Exli, sieht gut aus. So, soziales... Das ist erstmal am Frühstück. Obwohl sie eigentlich alle arbeiten müssen. Das macht aber nix. So. So, soziale Balken endlich müssen wir füllen. Aber wir müssen, glaube ich, auch mal ein bisschen Sport machen, wa? So, Mädel. Dies weiter. Essen. Essen nicht vergessen. Ach ja. Ja, ja. Geh mal vorbei. Wann, hier hat Sehnsucht. So. Also ja, mit dem Essen funktioniert ja irgendwie alles nicht so. Dann können sie mal aufs Klo. Ach, da ist Iron jetzt drauf. Dehnen. Okay. Iron beeil dich. Ina muss aufs Klo. Und dann muss sie in den Garten. Ihre Bäume sehen schon ganz, ganz schlecht aus. Oh, oh. Das Waschbecken sieht auch nicht schön aus. Oh, oh, oh. Das hängt gerade auch alles ein bisschen. Weil, ne? So. Ah, komm. Katarieren. Ne, warte. Ersetzen. Kampf. Iron, kannst du jetzt mal da rausgehen? Hier hingehen. Ah, jetzt kommt der Nächste. Ist ja nicht wahr. Ist ja nicht wahr. Guck dir das an. Oh, Wanni und Dante vertragen sich nicht so. So. Ah, sie ist aufs Klo. Dann lassen wir oben aufs Klo. Und dann gehen wir mal hier. So. Jetzt machen wir wieder auf normale Geschwindigkeit. Und dann gucken wir mal. Dann machen wir alles ernten. Mit der Pflanze ein bisschen sprechen. Dann auch Jäten ist auch ganz wichtig. So, wo ist er? Trina, wo bist er? Komm ran hier. Unwohl, weil... Ja, die Toilette war dreckig. Ich weiß. So, machen wir mal ein bisschen schneller. Da ist er. So, was haben wir hier eigentlich? Das ist der... Ja, das sehen wir so gar nicht. Wir sind so nah ran. Ach, ich will raus. Ja, ich brauche unbedingt eine neue Maus. Das geht gar nicht. So, jetzt pflückt sie, glaube ich, erstmal überall das alles ab. Genau. Mach mal. Ina. Na hier, die sind alle vertrocknet. Die sind auch trocken. Ui, 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 ui. Aber hier ist was dran. Da ist noch was dran. Ja, da hat es noch ein bisschen was zu tun. Verbessern können wir hier auch was. Weiterentwickeln. Genau. So. Dann machen wir weiter, Ina. Oh, da ist ja doch noch Gemüse dran. So. So, jetzt. Glockenblumen. Gänseblümchen. Auf jeden Fall mit Pflanze sprechen. Ja, ich glaube, mit Pflanze sprechen tun wir später dann. Wir werden danach erstmal jäten und gießen. Gießen. Ganz bewässern. Ganz wichtig. Was haben wir hier? Petersilie. Chrysanthin. Karotte. Sieht aus, als ob es immer nur Äpfel daraus ziehen würde, ne? Unerfreuliche. Ja. Ja. Ist alles gerade nicht so schön. Aber Ina, das kriegen wir wieder hin. Das machen wir alles wieder schön hier. Wollen ja auch endlich mal die Kuhpflanze haben, ne? Das wollen wir ja auch mal wieder. So. Wer läuft denn da? Ach so, das ist die andere. Was ist da? Schon wieder kaputt? Ach, das Gerät ist kaputt. Oh, das ist doch Hammer. Ersetzen. Macht nicht immer alles kaputt hier. So, wo ist er? So. Guck mal. Jetzt wird gejätzt und gegossen. Ich finde diese Kissen so toll. Die würde ich mir, glaube ich, auch in die Wohnung stellen. Die Bilder habt ihr ja auch schon gesehen, ne? Die beiden Street Arts. So. Dann zeige ich mal bei der Gans, Ina. Genau. Schön das Unkraut daraus. Das kann sie jetzt bei allen machen, wo welches ist. Zack, 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 zack. So, guck mal. Jetzt geht's ja auch langsam besser. So. Die anderen haben Geld mitgebracht. Das ist auch mal gut. Bei Ina muss man, glaube ich, unbedingt mal die Tasche aufräumen. Bei dem, was die an Obst und Gemüse in der Tasche hat. Was ist das hier? Die Sintfrucht. Düngemittel und hervorragend als Zutat. Okay. Das werden wir auch schon hinkriegen, irgendwie. So. Zeig mal. Ist hier noch irgendwas zum Weiterentwickeln? Bewässern. 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 Bananen. Bewässern. Oh. Die müssen wir noch ernten. So. Dann haben wir hier noch Weiterentwickeln. Iron lenkt sie jetzt nicht ab. Sie muss arbeiten. Hier glänzt, glaube ich, nichts mehr. Hier. Auch nicht. Hier. Auch nicht. Putzfrau ist auch schon weg. Das ist super. Meine Güte. Der hat's aber auch ein Leben. Was für jeden war. Ich würde auch glatt sagen, wir machen hier mal das Bild. Können wir den anderen... Oh, die Kuh, die Kleine. Ich hab ja mal eine Weihnachtsfamilie gemacht. So, machen wir hier Exley. Können wir das mal entfernen. Sie dürfte ja da sein. Eigentlich erzählt Iron irgendwas. Aber man hört nicht wirklich viel. So Exley. Genau. Du kannst das jetzt hier wegmachen. Und danach machst du ein neues. Und da hat dann... Wollen wir mal die Musik abmachen? Einschalten. Was wollen wir denn hören? Alternative? Ja, komm. Exley, kommst du wieder her? Oh mein Gott. Ich bin aber auch wütend jetzt. Ei, 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 ei. So, dann kann Exley das machen. Ich bin wieder bei Ina. Stampf durchs Bild. Jetzt geht's schlafen. So, wo ist denn Ina? Mein Gott, nee. Kind. Müssen wir ja auch noch mit den Pflanzen ein bisschen reden, ne? Müssen wir gleich dran denken. Was? Oh, so, kein Sport. Man machen will die hier die ganze Zeit. Rauf, runter, rauf, runter. Obwohl, ein bisschen boxen lassen wir nicht gleich mal. Und sie pfeift. Und sie hat Spaß. So, guck mal. Lagerfeuer? Ja, Lager. Wegen bestreben freiberuflicher Botaniker. Ja, kriegst du hin. Ich kann das nicht so gut. Sie kann das besser. So, jetzt wird gegossen. Guck mal, was Exley hier zur Anstalt. Ich bin am Schlafen. Und Ina kümmert sich hier mal um die ganzen Bäubchen. Haben wir hier sonst... Was? Dünge mit Pflanze. Immer noch jeden. Das ist immer noch nicht genug Material. Was sind wir hier? Da brauchen wir nix. Den müssen wir auch nochmal jäten. Der ist fertig. Ah, da hinten glänzen die anderen Bäume. Und den müssen wir dann auch nochmal jäten. Hä? Jungs, hör mal die Oka so. Oh, guck mal. Wie guckt die denn alle so? Guck die denn alle so mit Tuchappeln. So, weiterentwickeln. Inos Blick ist auch nicht der Beste, wa? Was ist denn bei ihr los? Die hat Hunger. Spaß fehlt dir. Du bist doch gerade hier am... ...am werkeln. Das müsste dir doch eigentlich Spaß machen. Hm. Anscheinend nicht so, ne? Ach, Ina. Achso, die Reihenfolge ist... Oh, das sieht doch nicht viel besser aus hier. Guck das dir an. Das macht sie doch ordentlich, oder? Ach Gott, der Tag ist doch schon fast wieder vorbei. Seht ihr das? Kann man fast nennen. Ein Tag mit Ina im Garten. So, X-Lee malt währenddessen. Es wird schon wieder dunkel. Ob kein Gesichtsausdruck, ist aber auch mal spannend, ne? So. So, die Pilze. Was er auch jeden einzelnen Tier macht, ne? Ja, weil, es können ja auch verschiedene sein. Na, guck mal, jetzt gehen hier, glaubst du, die Lampen an? So. Ich hoffe doch mal, dann sind wir auch bald durch. Ich glaube, Iron lenkt sie viel zu sehr ab. Huch, huch. Da drüben ist auch eine, glaube ich, von der Weihnachtsfamilie, die ich gebaut habe. Die kleine, die da läuft. Ich glaube, ja. Eieiei. So. Dieser Simm-Fruchtbaum, der ist schön am Leuchten. So. Jetzt gucken wir mal. Wir haben ja immer noch... Das ist immer noch unkraut. Hm? So. Weiterentwickelt. Schön. Können wir sie alle weiterentwickeln? Nee, ne? Der noch. Du auch nicht. Ich kann auch noch weiterentwickeln. So. Wiener macht sie schön. Macht sie schön. Macht sie gut. So. Genau. Wir müssen, glaube ich, den einen ein. Können wir gleich nochmal machen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, die Suppe hier unten, das stellt, glaube ich, das Unkraut auch da, oder? Nee, da ist nix mehr. Da ist auch nix mehr. Ach, Ina. Ja, ich weiß. Das Bewässern. Die brauchen wir, glaube ich, nicht dünnen. Nee. Die sind, glaube ich, auch alle gut. Ja. Wir sehen noch irgendwie was zu jäten oder so. Na, wir müssen gleich mal gucken, was Exe die gemalt hat. Oh, ich glaube, der hier sieht ja nicht so ganz frisch aus. So, was haben wir hier noch? So, alles gut. Rina, gleich geht's rein. So. Den einen musst du aber noch gießen. Und dann darfst du mit der Bananenpflanze eine Runde reden. So. Nee, warte. Bist du denn wieder was im Bild? Ja. Den Pfeiler. Den Pfeiler wollte ich eigentlich nicht im Bild haben. So, machen wir mal. Ah, Bildschirm. Irgendwas glänzt hier doch gerade. Da. Bananenpflanze. Schauen wir mal, ob noch irgendwas glänzt. Das ist, bevor wir Ina jetzt ins Haus schicken. Ina, wie wär's mit einem Veggie-Burger? Lass uns mal... Nee. Lass uns mal eine Etage höher gehen. Guck mal. Guck mal. Er brät schon welche. Das sind... Keine Ahnung, wo ist er da brät. Mal gucken. Hamburger. Komm, Ina, dann kannst du ja schon mal hier sitzen. Und dann gibst du gleich essen. Du musst auf jeden Fall was essen. Und dann... werden wir Ina, glaube ich, auch ins Bett schicken. So. Hamburger. Nicht für Vegetarier geeignet. Kannst du nicht essen. Grillen. Du kriegst jetzt einen Tofu-Burger. Nehmen wir das mal weg. Holen wir dich mal hier rauf. So. Macht sie sich schön Tofu-Burger. Weil das sind normale. Die kannst du nicht essen. Das sind Tofu-Burger? Das sieht eher aus wie Tofu-Würstchen. Oder Hotdog. Aber... Naja. Cut. So, Hälte stellen. Sie hat ja ein Merkmal... Äh... Ein Gericht geben. Sie hat ja ein Merkmal Vegetarier. Das heißt, die Normalen isst sie ja gar nicht. Oh. Aber sie ist... Guck mal. Hat sie kein Problem mit. Die Burger stehen genau vor ihr. War es schon. War es schon. So, dann hat sie kein Spaß mehr. Wird verzweifelte Sehnsucht nach Spaß. Müssen wir mal gucken, was wir machen können. Aber ich würde sagen... Oh. Können wir auch noch mal ein Bildchen von machen. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt Sims 4. Ein Tag mit. Ich danke euch fürs... Ach, diese Maus. Fürs Zusehen. Und bis bald. Bye.